so willkommen zu fall guys heute mal was ganz anderes und ja mich hat es heute ein bisschen gepackt und ich will röschen so ein bisschen durch die gegend schubsen ja schauen wir doch mal wer da wen schubs gut ich hoffe es macht euch dann auch spaß wie uns also ich kann das spiel nur empfehlen echt lustig und derjenige der damals the cash is castle geschaut hat der wird wissen worum es in dem spiel geht bereit das matchmaking das ist wirklich also bis jetzt habe ich keine probleme gehabt es geht zügig geht schnell und ja weil ich habe viele kommentare gelesen in denen geschrieben wurde das würde ewig dauern und aber anscheinend haben sie den krieg bekommen bevor wir das spiel geholt haben gut es läuft ja nach dem prinzip battle royale von dem her ist klar dass es ein bisschen dauert bis die leute da gesammelt wurden okay tür schnapper juhu mal schauen wie wert was man hätte gehen ja wo ist sie wo ist sie wo ist sie du bist links von mir auch wie viel ist das kaktus land oder was ich hänge an der ich hänge schon an der ersten türe ja ich bin so weit abgeschlagen also ich bin ausgeschieden nein bist du bist du hast du es geschafft nö ok zurück dann starten wir eine neue runde die war ja eh nur zum aufwärmen wir werden noch einige runden zum aufwärmen ihr leben gut bereit ich habe gerade eine verfahrt freigeschalten scheinbar aber du bist so eine angeberin und mein plümchen auf dem kopf ich bin ja so ein süßer kaktus wobei ich hier sagen muss es hat nichts zu tun mit kleiner feigling das hat da keiner gesagt ja das ja ja alles klar oh ne kreisel ok dieses mal aber machen wir sie alle platt ja ja ok wo bist du bist ganz hinten hier lol ich verursache natürlich meinen größten chaos wieder oh ich auch aber oh bin durchgekommen bin in der mitte bin in der mitte ich bin drin bin drin ah nein komm oh lol ja rum ja ich bin durch ich bin oben drüber geflogen ok ich bin durch ich bin hinter dir oder fast hinter dir und da habe ich gefallen vertraust und um ersten escuela ja ich bin ihr Okay, zehn, 33? Noch drei? Nee, bin aber gefeuern. Nein, Röschen! Ich hab's nicht! Ach, Superkaktus! Nein! Was? Ausgeschieden! Okay, ein Sieg mit Hängen und Möbel erst mal. Ja, nur die Paten kommen in den Garten. Jaja. Du musst mich aber jetzt anfeuern, gell? Haben wir sicher. Zuerst muss ich den mal suchen. 1719, gell? Weiß ich nicht. Kann ich dir gleich sagen. Es dürfte sie eigentlich nicht gehen davon. 1719, ja. Oh, wie die rempeln, wie die rempeln, gell? Wie die rempeln! Jaja. Lass mich durch da, denn sie will ja. Weg da! Weg! Da ist das! Da liegt das! Lass mich da hoch! Nein! Oh, ist das gemein! Oh, ist das gemein! Oh! Nein! Oh nein! Echt jetzt? Oh, ist geschieden, ne? Ich bin in diesen Spalt gefallen. Oh! Ich bin so traurig. Oh! Und erst! Okay. Und ich war so gut dabei, gell? Hm. Okay. Sag, wenn du bereit bist. Ähm, Moment. Geht er schon zurück? Ähm, wieso hab ich 5.000 Münzen? Okay. Na, du kleine Cheaterin. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Ach so, keine Münzen sind ja Kuhdosen, oder? Das sind, äh, Kuhdosen, ja. Das sind, äh, die kriegt man auch, äh, bei Rewe zum Beispiel. Diese Kuhdosen. Okay. Viel Kuh in einer Dose. Okay. Also, ich bin bereit, gell? Heißen die echt Kuhdosen? Ja. Okay. Na. Spiel, jetzt lass mich nicht hängen. Jetzt hab ich dich eben so gelobt, dass das mit dem... Ah, ja. Läuft ja. Deine Kuhdose ist schuld, guck. Ach, genau. Schwindel in der Höhen. Okay. Ja, das ist auch gemein, wenn du da einmal in die falsche Richtung gelaufen bist. Hm. Ich mein' ich's, wenn's da abgeschüttet ist. Ja. Durch das Fensterhupfen ist so gemein. Wobei ich mich frage, ob es nicht besser ist, direkt runterzuspringen und durchzulaufen. Ja, ich bin durch. Nein, ich liege. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Oh, da kommt... Ach, das kommt ja nochmal. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ja. Okay. Na los, na los, na los, na los. Komm, 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 komm. Oh, ich bin runtergefallen. Ja, das ist das mit der Kante. Da musst du an der Kante springen. Musst du aufpassen, die Kante ist... Oh, ich bin ausgeschieden. Nein. Ich bin ausgeschieden. Das ist rassistisch. Die haben alle was gegen Kaktus hin. Das ist Kaktus-Rassistis. Ich werd jetzt, glaub ich, wieder mehr... mehr Wölfchen hin. Hm, deine Geheimwaffe. Ja, genau. Ah. Der Kaktus bringt mir keinen Klick. Äh... Okay. 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 Du bist ja noch dabei, gell? Nee, ich bin die Verdoppel. Ah, okay. Ja, dann können wir zurück. Ja. Okay, alles klar. So, ich hab... Gut. Äh, bereit? Okay. Ja, ich werde jetzt meinen göttlichen Kaktus-Saft einsetzen. Was lachst du? Ja, ja. Ja, ja, hallo. Es ist, äh... Wie willst du die Stärke des Wölfchens sehen? Ja, genau. Ich spiel den Kreisel, oder? Ja. Juhu. Das war ein anderer Greifer. Und los. Ey, der hat mir wohin gefasst. Oh Mann, ey. Wow! Guck mal, wo ich bin! Ich bin ganz vorne! Komm hoch! Hoch mit dir, Mensch! Jawohl! Oh! Oh, echt jetzt? Ja, 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 ja! Oh, nee! Ach, ich war so weit vorne! Der läuft grad neben die Bombe. Der fasst mir immer ein Popo. Oh Mann! Ich probier's jetzt in der Mitte. Äh, okay, war keine gute Idee. Und ich bin runtergefallen. Nö! Ich geh links rum. Nee! Runtergefallen. Oh, wieder runtergefallen. Ach komm! Komm! Nein! Oh nee, jetzt hat mich einer runtergeschubst. Okay. Oh! Oh, da siehst du nichts mehr voll lauter. Nee! Bin durch. Okay, komm, 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 komm! 39, 41, ich hab's geschafft! Nee, ich hab's schlimm noch. Nee, muss nicht schaffen. Ja, haha, ich hab die alle besaftet. Ja, ja. Ja, ja. Meinem göttlichen Kaktushaft. Das sind ja nicht mehr zwei Kaktusse, oder? Äh, ne, es sind noch mehrere. Eins, zwei, doch zwei. Oh, die wippen. Äh, ach, das ist das. Ja, das ging eigentlich so. Bisschen besser wie. Mal sehen. Okay. Oh! Steh auf, Junge, steh auf! Oh! Komm, 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 komm! Jawohl! Na? Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben! Ah! Okay, 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 okay! Sieht gut aus! Ja, dann wär's schon noch! Komm, komm komm, komm, komm! Ua! Ja, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ja, 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 ja. Und es jubelt, das... Oh. Das Rösschen jubelt doch. Oh, dieses ist jetzt gut gelaufen. Ja. Ich glaube, ich bin als neunte oder zehnte oder sowas angekommen. Ja. Ah, nein. Okay. Jetzt machen wir uns ein Plattrösschen. Jetzt machen wir uns ein Platt. Ja, ja, mach's Platt. Das ist frei von... Du hast es auch geschafft, gell? Nein. Nicht? Rösschen ist schon in der ersten Runde ausgeschieden. Ach, schade. Hoffentlich nicht Eier klauen. Schleimkraxler. Schleimkraxler. Was ist das? Das kenn ich noch gar nicht. Ach so, das ist ja wieder das von vorhin. Ja. Oder? Ja. Ja. Okay. Gut. Ich drück natürlich Daumen 10 und weißt, was es geht? Ja, natürlich. Okay. 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 Cooling. Bin oben. Bin oben. Nein. Ach komm. Ach komm. Echt jetzt? Kastus-Rassismus sag ich da nur. Ich bin ausgeschieden. Ja. Och nein. Na gut. Dann gucken wir aber wenigstens mal wer gewinnt. Okay. 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 LOL. Ja, die Tauben, die sind stark in dem Spiel. Ja, die sind ganz stark. Ja, ja, besser als die, die sehen können. Ja, ja. Okay. Ja, okay. Na gut. Ja, die haben es leider nicht geschafft. Probieren wir noch eine Runde. Okay. Not natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Musik ist auch cool. So. Oh, das sind wieder die Wippen. Okay. Okay. Da hat er jetzt schon Übung. Das heißt, du kannst es auf alle Fälle schaffen. Nein, sagen wir es mal so, es ist nicht ausgeschlossen. Aber jetzt habe ich meinen ganzen göttlichen Kaktussaft verbraucht. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das so hinkriegen. Ja, ja. Wo bist du? Ganz vorne. Okay, ich bin durch. Ich bin hinter dir. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Okay. 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 Ja, es läuft, es läuft, es läuft. Noch ist keiner im Ziel. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nein, wieso? Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Oh, ich bin runtergefahren. Toll. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Glaube ich nicht. Okay. Jetzt werden die bestkommen. Oh, wie sie alle da hinrennen? Gern, statt mal... Ich bin das erste Mal qualifiziert. Ich schaff's mit... Ja, guck mal, ey. Jetzt sind das Teufel. Und damit meine nicht die Tauben, ey. Ja, 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 komm, 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 ja, ich bin drin. Ja, wie viel. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das Dreamteam war ja klar, hallo. Eine Dose gibt's auch, ja. Dosen... Und Bombers. Ja, die Dosen... Da musst du aufpassen, weil... Die schlimmsten sind die ohne Pfand. Oh, jetzt kommt das. Oh je. Das ist tricky. Das ist ein, 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 das Oh, nein! Lass mich ... Oh, nein! Oh, nee! Wir haben es auch wieder geschubst. Ja? Ja. Das war bestimmt so eine Brieftaube. Ja, das sind immer hinterlistig, diese Brieftaube. Ah, ich bin runtergefallen. Ich bin ausgeschieden. Och, Mann! Na gut, dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch eins. Ja. Die haben ja eh nur gewonnen, weil sie gecheatet haben. Das will ich spielen. Mit dem Schweif. Okay. Ah, das ist das mit dem Clown, gell? Genau, mit dem Schweif. Ich bin schon im Menü heraus, ne? Okay, Moment. So, jetzt kann ich auch erst raus. Okay. 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 Wuhu! Ja. So ein Leben im Töpfchen. Ihr könnt fast wetten, dass DJ Bobo das Lied kombiniert hat. Oh ne, ich bin doch in der Höhe. Okay, jetzt aber, jetzt aber. Ey, da ist ein Triceratops, ey, das ist ja geil, ein Triceratops. Oh ne. Okay, ich bin durch. Ja, ja, das erste Mal. Jetzt wollen wir die Kugel. Okay, bin oben. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, aber ja. Oh Mann, ey. Ja, du bist vor mir. Oh ne. Oh, ich bin so knapp davor gewesen. Ja. Na gut. Na gut. Na gut. Aber ich denke, wir werden jetzt öfters mal streamen. Spaß macht's auf jeden Fall. Der ist auf volle Fälle, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es euch Spaß gemacht hat. Wir würden uns freuen. Und vielleicht schaffen wir es ja nächstes Mal eine Hose ohne Pfand als Kleidung zu bekommen. Aber mal schauen. Aber mal gucken. Tschüss. Tschüss. Tschüss.